Wenn ich euch heute erzähle, dass ich euch einen absolut unglaublichen und verstörenden Mordfall erzählen werde, dann ist das von mir nicht übertrieben. Ich möchte euch heute einen Vorfall nennen, der so verstörend, so unglaubwürdig ist, dass man nicht fassen kann, dass er tatsächlich so stattgefunden hat. Alles, was ich euch heute erzähle, ist wahr und so passiert. Doch damit wir verstehen können, warum dieser Fall so verstörend ist, müssen wir einmal zum Tatzeitpunkt zurückreisen. Wir schreiben den 25. Mai 1968 und wir befinden uns gerade in England. Zwei kleine Jungs sind gerade auf dem Weg spielen zu gehen, als sie auf ihrem Weg etwas Schreckliches bemerken. Vor ihnen liegt eine vierjährige Leiche. Ein vierjähriges Kind namens Martin Brown liegt leblos vor ihnen auf dem Boden. Sofort rufen diese beiden Jungs um Hilfe und zwei Bauarbeiter, die in der Nähe gearbeitet haben, kommen an und bemerken die Leiche des Kindes. Sofort fällt auf, dass dieses Kind nicht auf natürliche Art gestorben ist, sondern es wurde erwürgt und das auf brutalste Weise. Die Bauarbeiter riefen zu diesem Zeitpunkt sofort die Polizei und deckten den Tatpunkt ab. Wenn man hört, dass ein Kind erwürgt wurde, ein vierjähriges Kind, dann denkt man sofort an grausame erwachsene Mörder. Doch in diesem Fall haben wir es mit jemand anderem zu tun. Dieser Fall war anders als jeder normale Mord. Denn ihr müsst wissen, die Mörderin war nicht eine erwachsene Frau gewesen, sondern eine Zehnjährige. Die Zehnjährige Mary Bell hatte zuvor, bevor die Leiche gefunden wurde, den vierjährigen Martin Brown mitgenommen und ihn dann dort kaltblütig und ohne Grund einfach erwürgt. Danach hat sie die Leiche dort liegen lassen und war zu ihrer Freundin Norma Bell. Sie haben den gleichen Nachnamen, sind aber nicht verwandt. Sie ist zu dieser Freundin gegangen und hat sie mitgenommen, weil sie ihr die Leiche zeigen wollte. Als sie dann dort ankamen, waren allerdings schon Bauarbeiter bei der Leiche gewesen und sagten zu dem kleinen Mädchen, sie solle am besten verschwinden, weil sie dort nichts verloren hatte. Die Bauarbeiter wussten nicht, dass sie dort gerade die Mörderin vom Tatort weggeschickt hatten. Wer nun glaubt, dass sie vielleicht ein komisches Kind ist und mehr nicht, der weiß nicht, wie grausam Mary Bell wirklich gewesen ist. Denn sie, zusammen mit Norma Bell, ging danach zu der Tante von eben dem ermordeten Kind und sagten ihr, dass ihr Neffe tot ist. So weit war noch alles, was das angeht, in Ordnung und hätte nicht dafür gesorgt, dass irgendjemand denkt, etwas stimmt mit Mary Bell nicht. Doch kurze Zeit später ging sie immer wieder zu der Tante von dem kleinen Martin Brown und fragte mit einem riesigen Grinsen sie, ob sie nicht ihren Neffen vermisst, ob sie nicht traurig ist, dass er tot ist. Sie sagte es mit so einer Freude in der Stimme, dass es ihr einfach Spaß gemacht hatte, sie eben so sehr zu quälen, ihr immer wieder mitzuteilen, dass ihr Neffe tot ist, ob sie ihn nicht vermisst, ob sie ihn nicht wiedersehen will, so lange, bis die Tante ihr gesagt hat, sie soll für immer aus ihrem Leben verschwinden. Doch danach war Mary Bell noch nicht fertig, damit psychologischen Schaden anzurichten, denn danach ging sie alleine zu der Mutter von Martin Brown, klingelte und fragte, ob sie Martin sehen dürfte. Die Mutter sagte daraufhin, dass das nicht geht, weil Martin leider verstorben ist und Mary Bell fing wieder an zu grinsen und sagte, dass sie das schon längst wüsste. Sie wollte eigentlich nur Martin in seinem Sarg sehen. Dieses kleine Mädchen hatte Spaß daran, die Hinterbliebenen ihrer Tat sogar noch damit zu quälen. Und ihr müsst es euch wirklich mal vorstellen, wir reden hier von einem 10, fast 11 jährigen Mädchen, keiner ausgewachsenen Mörderin. An ihrem 11. Geburtstag, der Sonntag nach ihrer ersten Tat, fing sie dann auf einmal an, weiterzumachen. Dort wollte sie den kleinen Bruder ihrer Freundin umbringen, doch wurde von dem Vater davon abgehalten. Doch auch wenn ihr zweiter Mord dort vereidelt wurde, sollte das nicht der letzte Mord gewesen sein. Denn schon wenig später tötete sie alleine, bzw. erwürgte sie alleine mit ihrer Freundin zusammen, ein dreijähriges Kind. Ein dreijähriges Kind war ihr nächstes Opfer gewesen. Sie hatten ihn eben beiseite geschafft, dass man ihn nicht von der Straße aussieht und ihn dann erwürgt und daraufhin dann mit einer Rasierklinge ein M in den Bauch geritzt. Ein M, das wahrscheinlich für Mary Bell stand. Ein Zeugnis, dass sie diese Tat begangen hatte. Denn ihr müsst wissen, Mary hatte immer wieder nach ihrem ersten Mord gestanden, dass sie oder ihre beste Freundin den Mord gemacht haben. Sie sagte, dass ihre beste Freundin jemanden getötet hatte, doch keiner glaubte ihr, weil Mary Bell immer wieder Lügengeschichten erfunden hatte und alle taten die Dinge, die sie sagte, ab als ein Kind, das sich Dinge ausdenkt. Gleichermaßen brach sie mit Norma Bell sogar in ihre Schule ein und hinterließen dort einen Zettel mit Kritzeleien und der Nachricht, wir haben ihn getötet. Doch auch das war etwas, was keiner ernst nahm. Man dachte, es wäre einfach Vandalismus gewesen und nichts weiter. All diese Informationen, die man damals schon gekriegt hatten, wurden also ignoriert und dies führte dazu, dass Mary Bell erneut ein Kind umbringen konnte. Doch nicht nur das, nicht nur, dass sie ein M in seinen Körper geritzt hatten, sie schnitten ihm danach auch noch einige Haare ab und häuteten ihn teilweise. Diese zwei Kinder, elf Jahre alt, ermordeten und verstümmelten die Leiche eines anderen Kindes. Danach ging natürlich sofort eine Ermittlung los und tatsächlich wurde eben auch eine Ermittlung bei den beiden Kindern durchgeführt, weil sie eben in der Nähe gewesen sind, als die Leiche gefunden wurde. Sofort gaben die Kinder seltsame Aussagen an, die jedoch nicht wirklich ernst genommen wurden. Erst bei der Beerdigung des dreijährigen Kindes merkten die Leute etwas Merkwürdiges. Denn während alle extrem traurig waren, dass ein Kind gestorben ist, stand Mary Bell dort, lachte und rieb sich die Hände. So als würde sie gerade irgendeinen Plan ausklügeln, so als wäre sie gerade unfassbar glücklich, dass die Beerdigung stattgefunden hatte. Und ab diesem Moment, als sie mit Ansagen, wie dieses elfjährige Kind lachend auf einer Beerdigung die Hände rieb, fingen sie an, genauer in diesen Plan reinzugucken, genauer herauszufinden, ob vielleicht beide Morde miteinander zu tun hatten und ob Mary Bell etwas damit zu tun haben könnte. Sofort wurde sowohl Mary Bell als auch ihre Freundin Norma Bell angezeigt und auch vor Gericht gebracht. Das Besondere hier war aber gewesen, dass die beiden Mädchen sofort sich gegenseitig beschuldigt hatten. Mary Bell sagte, dass Norma Bell verantwortlich gewesen ist, während Norma Bell sagte, dass Mary die Hauptschuld trug. Wer wirklich die Hauptschuld trug, ist schwer zu sagen. Der erste Mord wurde nur von Mary Bell durchgeführt, der zweite von Norma und Mary zusammen. Das Besondere war aber, dass Norma Bell wie ein ganz normales Liebeskind wirkte. Sie war keine brutale Mörderin, sie war eher eine Mitläuferin. Sie hatte scheinbar das getan, was Mary von ihr wollte und weil sie eben so unschuldig wirkte, entschied man sich, dass sie nicht die Täterin, nicht die Hauptverantwortliche sein konnte, sondern dass dies tatsächlich Mary gewesen sein musste. Auch vor Gericht zeigte Mary nicht eine Sekunde der Reue. Sie zeigte nicht in irgendeiner Art und Weise, dass es ihr Leid getan hat, was sie getan hatte. Schatzsächlich wirkte sie vor Gericht so, als ob sie sich darüber freut oder sie wirkte einfach emotionslos. So, als ob dieser ganze Mord sie in keinster Weise interessieren würde. Später gestand Mary Bell, dass sie beide Taten begangen hatte. Sie gestand, dass sie grausame Morde durchgeführt hatte und dafür nicht einmal ein Motiv vorgewiesen hatte. Wenn wir sonst über grausame Mörder und dergleichen reden, dann reden wir über erwachsene Leute, die aus seltsamen Motiven, Geldgier, Liebe oder anderen Dingen andere Menschen töten. Doch tatsächlich kann es auch andere Vorfälle geben. Es kann Kinder geben, die so jung sind, dass man eigentlich nichts Böses erwarten würde, doch die aus irgendwelchen Defekten im Gehirn oder anderen Gründen zu absolut schrecklichen Dingen bereit sind. Mary Bell ist die jüngste Kindermörderin, die es so gegeben hatte und sie wurde danach auch eigentlich lebenslänglich weggesperrt, doch kam dann im Alter von 23 Jahren aus dem Gefängnis frei und lebt bis heute in England mit ihrem Lebensgefährten und einem Kind. Diese Tat ist schrecklich und ich glaube, ich habe zu Beginn des Videos nicht gelogen, wenn ich euch heute einen Mord berichtet habe, der so unfassbar ist, dass man ihn gar nicht glauben kann. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020